Ja, vielen Dank, ihr habt das Mädchen zurückgehört. Das ist wahr. Meine Frage ist nur, wie? Ihre Frage müsste laufen, was wäre, wenn wir sie nicht gefunden hätten? Sie haben ihn also mit Brot und ihm den Kopf untergebracht? Ich werde Ihnen das ganz leicht machen. Was immer Loli in der 10? Ich werde das gut mit der Hau. Ist das alles, was Sie sagen können? Ja, jetzt kommen noch die Rückwände.